Hallo und herzlich willkommen zurück hier auf meinem Kanal. Schön, dass ihr euch reingeklickt habt zu diesem neuen Video hier. Wir werden heute gemeinsam ein Frühlings-Make-up-Look schminken. Ich habe so Bock, auch endlich diese Frühlingsgefühle in meinem Gesicht erwachen zu lassen. Und ich habe schon einige Nachrichten auf Instagram bekommen, ob ich nicht so ein thematisches Video drehen könnte. And here we go. Ich würde sagen, wir starten direkt mit dem Video. Los geht's, viel Spaß dabei. Die Sonne ist da, Freunde. Ich kann es kaum glauben. Und das ging so schnell. Gefühlt hatten wir vorletzte Woche noch minus 16 Grad. Nein, nicht gefühlt. Wir hatten minus 16 Grad. Hier im Norden zumindest. Und jetzt kann man schon fast im T-Shirt rausgehen. So warm ist es schon. Aber zieht euch immer schön warm an. Unterschätzt das Ganze nicht. Es ist aber ein Träumchen. Ihr wisst ja, dass ich hier in mein neues Büro gezogen bin. Und hier macht die Sonne mir tatsächlich einen Strich durch die Rechnung. Ich muss nochmal gucken, dass ich das hier ein bisschen ausgeglichen kriege. Weil wenn die hier wirklich volle Pulle reinscheint, a, wird sie sehr, sehr warm und b, jetzt kommt sie gerade wieder raus, vielleicht kann man es erkennen, die Lichtverhältnisse schwanken halt extrem. Ich muss mir hier nochmal irgendwie was Kreatives einfallen lassen. Aber geht ja nicht. Die Läden haben ja momentan zu. Ich würde so gerne irgendwie gucken, was vielleicht das Beste dafür ist. So Plisees habe ich jetzt online bestellt. War ein Vielgriff. Aber egal. Darum soll es ja gar nicht gehen. Es geht ja heute um mein schönes Make-up. Ich habe meine Haut richtig schön vorbereitet. Mit sehr, sehr viel Feuchtigkeit. Ich muss gestehen, ich war vorhin auch schon geschminkt. Bin schon wieder einmal abgeschminkt. Und gerade wenn ich so viel an der Haut reibe und ihr so viel zumute, dann finde ich es immer ganz schön, sie wirklich mit Feuchtigkeit zu versorgen und sie auch im Moment ruhen zu lassen. Das habe ich jetzt in meiner Mittagspause gemacht. Und ich habe das Vitamin C Repair Serum aufgegeben. Ich möchte dazu noch gar nicht so viel sagen, denn ich fange jetzt erst an, das Ganze zu testen. Ich habe es erst ein paar Mal verwendet. Und möchte jetzt nicht den Morgen vor dem Abend loben. Den Abend vor dem Morgen loben. Ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall. Gebt mir da noch ein bisschen Zeit. Ich werde euch da zeitnah Feedback zu geben. Jedenfalls habe ich das auf der Haut und gut einziehen lassen. So ölige Texturen sollte man gerade, wenn man sich im Anschluss schminken möchte, gut, gut einziehen lassen. Damit die Foundation dann auch wirklich die Chance hat, sitzen zu bleiben und nicht durch das Öl eben verrutscht. Deshalb werde ich jetzt keinen Primer explizit nochmal auf die Haut aufgeben und das Ganze noch weiter schichten. Von dem Feuchtigkeitsgehalt reicht es mir, definitiv aus. Ich habe aber Bock auf Glow. Ich möchte so einen richtig schönen, glowy Frühlingslook schminken, weshalb ich jetzt mit einem Illuminating Primer, also dem High Glass Primer hier von NYX, nachhelfen werde und das Ganze eben mit der BB Cover Cream von L'Oreal mischen werde. Ich werde halt wirklich nur ein, zwei Drops wirklich in meine Foundation-Portionen einbringen, einfach um diesen natürlichen Glow noch so ein bisschen mehr rauszukitzeln. Beide Produkte vermische ich jetzt auf meinem Handrücken mit einem Stippling Brush und auch mit dem gebe ich das Produkt schon mal im Gesicht auf und verteile es dann im Anschluss mit einem Beauty Blender und arbeite alles richtig schön in die Haut ein mit klopfenden Bewegungen, sodass ich wirklich ein schönes und ebenmäßiges Finish erziele. Übrigens hat die BB Cover Cream einen Lichtschutz von 50 und ich kann euch hier auch nur empfehlen, dass ihr da wirklich drauf achtet, auch bei der Frühlingssonne, wenn die Temperaturen noch nicht so warm sind, hat die Sonne trotzdem Power. Verbrennt euch nicht euer Näschen. Seht ihr auch, was ich jetzt für einen schönen, natürlichen Glow auf der Haut habe? Ich mag die Kombination halt, also dieses Mischverhältnis einfach auch super gern und das Ganze werde ich jetzt noch ein bisschen highlighten mit einem Concealer. Hier habe ich einen etwas stärker deckenden genommen, aber nur, weil ich nicht ganz so viel Produkt verwende. Weniger ist mehr, also ich gebe wirklich nur Tupfies auf, um ein Highlight zu schaffen, aber jetzt nicht, um eine krasse Camouflage aufzubauen. Das Highlight von dem Concealer jetzt ein bisschen zu unterstützen, nehme ich das Rival Love Me Banana Powder. Ich nehme einen kleinen Fluffy Brush, dippe in das Produkt rein und sette damit die Partie um meinem Auge herum, überall da, wo ich den Concealer aufgegeben habe, also auch am Lippenherz, zwischen den Augenbrauen, ein bisschen am Kinn, um das Ganze eben haltbar zu machen. Den Rest des Gesichtes sette ich jetzt mit dem No Filter Puder von NYX. Das hat auch so einen schönen Airbrush-Effekt, zeichnet die Haut super weich. Ich mag das sehr, sehr gern. Ich habe übrigens die Farbe Light Beige. Jetzt werde ich mein Gesicht ganz, ganz leicht konturieren. Dafür nehme ich diesen hellen Ton hier aus dem Contouring Duo von Essence, aus dem... Ich habe hier die Farbe Lighter Skin und nehme so einen, ja, feineren Pinsel und gehe damit wirklich nur in die Kontur, nicht mehr, dippe ein bisschen auf und zeichne die Schatten in meinem Gesicht ein. Um das Gesicht aufzuwärmen, nehme ich jetzt einen Bronzer und dann nehme ich von Physicians Formula den Butter Bronzer. Ich habe hier, glaube ich, den dunkleren in der Farbe Deep und nehme mir einen feineren, fluffigen Pinsel und gehe damit über die Kontur, über die Stirn, ein bisschen an der Nase und gebe den auch, wo mich die Sonne jetzt im Frühling als erstes küssen würde, um das Gesicht einfach aufzuwärmen. Zum Thema Augenbrauen gibt es gerade ein ganz aktuelles Video auf meinem Kanal. Ich habe euch wirklich meine Augenbrauen-Routine abgefilmt, zeige euch da Step by Step alles Mögliche. Das Video linke ich euch gerne hier oben ins i rein, da könnt ihr im Anschluss dann einmal vorbeischauen. Ich werde meine Augenbrauen heute mit dem Catrice Slimmatic Ultra Precise Brow Pencil nachziehen. Das ist die Farbe 040 Cool Brown, schon relativ dunkel, also den dosiere ich auch wirklich leicht und gehe damit in meine Kontur und zeichne mir feine kleine Härchen ein. Wir starten mit dem Augenmake-up und das werde ich Rosé schminken, so richtig schön Frühlings-like, aber auch dezent und für den Alltag super tragbar, auch für diejenigen, die nicht ganz so viel Make-up tragen mögen, Ich werde hier für die Pro Slim Eyeshadow Palette verwenden von Catrice, die Next Gen Nudes Variante und hier starte ich mit dem Ton Noble und gebe das Ganze als Übergangston in die Lidfalte. Die hat eine richtig schöne, warme Rosé-Unternote und diesen Ton intensiviere ich jetzt mit der Farbe Beauty, das ist dieser hier oben, auch ein wunderschöner Ton, der sich mega für den Alltag eignet, einfach nur pur eingeblendet oder auf dem Lid aufgetragen ist, das ist wirklich eine wunderschöne Farbe. Ich nehme jetzt noch ein bisschen Concealer auf und werde mir hier so zwei Tupfis aufs Lid drauf geben und das Ganze mit dem Finger dann verteilen. Jetzt nehme ich diesen Highlighter hier von Revolution, das ist der Highlighter Reloaded in der Farbe Make-up Impact, ein so, so schöner Ton, der in zwei Farben rangiert, so ein bisschen Gold und Rosé, ein unglaublich schöner Ton. Den werde ich heute zweckentfremden als Lidschatten. Ich nehme das Ganze mit dem Finger auf und tupfe das Ganze eben auf die eben aufgetragene Concealer Base und schaffe somit nochmal einen kleinen metallischen Glowy-Effekt in dem Make-up. Diesen metallischen Effekt werde ich jetzt mit der Farbe Love aus der Catrice-Palette übereinblenden, die Übergänge ausradieren und das Ganze so ein bisschen ebenmäßiger und einheitlicher aussehen lassen. Den oberen Wimpernkranz werde ich jetzt noch ein bisschen verdichten. Dafür nehme ich diesen braunen Long-lasting Eye Pencil in der Farbe Hot Chocolate von Essence. Ich gehe wirklich ganz, ganz nach dem Wimpernkranz entlang. Ich möchte keinen Lidstrich ziehen, sondern einfach nur den Wimpernkranz ein bisschen auffüllen und verstärken. Ich nehme jetzt so einen angeschrägten Pinsel, der etwas fester gebunden ist und verblende damit den eben aufgetragenen Kajalstift. Den habe ich eben auch im unteren Wimpernkranz noch aufgegeben, so ein bisschen auf die Wasserlinie. Und damit das Ganze nicht so hart aussieht, werde ich das jetzt aussoffen. Ich gehe jetzt nochmal in die Catrice-Palette, nehme mir die Farbe Noble und blende das Ganze auch am unteren Wimpernkranz mit dem Kajalstift überein. Ich nehme jetzt die Farbe Vision auf. Das ist dieser Ton hier und den gebe ich mir mit einem ganz feinen Pinsel in den inneren Augenwinkel, um ein Highlight zu schaffen und um den Look und das Auge ein bisschen zu öffnen. So Freunde, auf geht's! Ich werde mir die Wimpern tuschen und da nehme ich die Snapscara von Maybelline. Die hat so ein geschwungenes Bürstchen und die gebe ich in zwei Schichten auf. Mir fällt schon die ganze Zeit dieser wunderschöne Glow der Haut auf. Also das war echt eine mega Idee, das Ganze hier zu kombinieren. Ich habe noch keinen Highlighter drauf gegeben, aber es wirkt so, also so natürlich, so gesund. Gefällt mir richtig gut. Und wir sind auch gerade schon beim Stichwort Highlighter. Ich werde nach langer Zeit mal wieder hier diesen von Lavera verwenden. Der gefällt mir richtig gut. Das ist allerdings ein Cream-Highlighter und darauf greife ich nicht so oft zurück. Das mache ich wirklich nur, wenn ich so ein sehr, sehr natürliches Glowy Finish haben möchte. Und den werde ich jetzt sozusagen als Base aufbauen für meinen Highlighter, den ich gleich drüber gebe. Und tupfe das Produkt auf dem oberen Wangenknochen auf über den Bronzer. Also ein bisschen auf dem Lippenherz, auf dem Nasenrücken, hoch zu der Stirn, also zwischen die Augenbrauen, und auch unten am Kinn. Ich liebe dieses Produkt einfach. Also es ist wirklich für mich einer der besten cremigen Highlighter. Seht ihr das, wie schön natürlich das aussieht? Es ist so soft, aber gibt unglaublich viel. Ich gebe jetzt nochmal diesen Highglass Highlighter drüber für diesen Glass Skin Look. Das trifft es eigentlich schon ziemlich gut. Ich nehme das Ganze mit dem Finger auf. Der ist warm und lässt das Ganze nochmal schöner ineinander verschmilzen. Für noch mehr Frische in dem Look gebe ich jetzt ein bisschen Blush auf. Dann nehme ich einen matten. Genug Highlighter haben wir ja mittlerweile. Dann nehme ich den Sweet Cheeks Matte Blush von NYX in der Farbe Summer Breeze. Ich nehme das Ganze mit einem Stippling Brush auf und lasse wirklich nur die Pinselspitze arbeiten und das Produkt für mich verteilen. Di, 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 di. Da ist er wieder. Damit das Ganze auch noch natürlich bleibt. Und auf den Lippen werde ich jetzt meinen derzeitigen Favoriten tragen beziehungsweise meine Favoritenkombi und zwar ist das der Lip Designer von Asam Beauty in der Farbe Almond und damit fülle ich meine komplette Lippe aus und gebe dann im Anschluss den Art Deco Hydra Lip Booster in der Farbe 28 drüber. Also das ist wirklich so eine krass schöne Kombination. Ich werde so häufig darauf angesprochen und ich liebe, liebe, liebe diese Lippenkombination momentan einfach so, so sehr. Ich mag diesen Look einfach so sehr. Er strahlt so eine Leichtigkeit aus aber gleichzeitig auch so eine Frische passend eben zum Frühling. Solltest du mich noch nicht abonniert haben dann hol das sehr gerne hier an der Seite nach da verpasst du keine Videos mehr von mir und auf der anderen Seite siehst du mein letztes Video. Ich sage bis zum nächsten Mal. Tschüssi! Okay.